Der 22. Dezember. Willkommen zu einer neuen Folge des Pokémon-Titzige-Advents-Kalenders. Ich rede heute mal die gesamte Folge so, als wäre ich irgendwie bescheuert im Gehirn und könnte diese Sprache nicht. Ich öffne heute drei Pickungen, Stünde der Wächter. Ähm, hier, ich beginne. Hier haben wir, wir haben ein Stück Schleim aus der Wolle, eine Lamme, etwas und dieselbe Lamme, etwas nochmal und ein Fliegevogel. Ja, ja. Ein Fliegevogel, ich schlau. Wieder nur eins, äh, äh, hier haben wir einen, äh, äh, frier Fuchs, äh, als, äh, einzige neue Gatte. Und, äh, die Regatte in diesem Pack stellt sich vermutlich auch als ein Flop heraus, nämlich, ähm, die nächste Flugvogel. Äh, äh, es ist ein toller Flugvogel, bitte nicht noch ein Flugvogel für mich. Dieses Mal haben wir zwei der, äh, äh, sogenannten Regatten. Hier haben wir eine, äh, äh, eine komisch geformte, fette Dinge, äh, das nachher mein Exkrement benannt ist. Äh, das sieht aus wie ein, äh, äh, Genital. Äh, hier haben wir, äh, mich, äh, ungefähr, äh, und hier haben wir eine komische Sternschnuppe mit Hypnoseaugen und als, äh, eine Schleimdrachen. Ich glaube nicht, ich sollte verschwinden von diesem Kanal. Ich nutzieren Flugvogel und Schleim. Tolle Folge, ciao.